So fühlt sich die Welt heute für mich an. Und ich glaube, das macht mich krank. Wahrscheinlich nicht nur mich. Der Krach dieser Welt kommt aus allen Richtungen. Er kann wirklich Lärm in Form von Geräuschen bedeuten. Aber Krach verstehe ich auch als Streit, Dramatisierung von Nachrichten und irgendwie auch meine eigenen Gedanken als Reaktion auf all das. Wenn ich sage, die Welt ist zu laut, würde mir wohl fast jeder zustimmen, der in der Stadt wohnt. Straßenlärm, Feierwütige, Sirenen und Leute, die dir ein Mikro ins Gesicht halten, um eine Million TikTok-Aufrufe zu bekommen. Oder um eine neue Folge TV total aufzupeppen. Manche Menschen lieben das. Meist sind sie extrovertiert und je mehr er los ist, umso wohler fühlen sie sich. Aber es gibt ja nun mal auch extrem viele Menschen, die ambivertiert, introvertiert oder hochsensibel sind. Meine Frage wäre, wie diese Menschen nicht nach und nach verrückt werden sollen. Oder einfach abstumpfen. Wenn wir vor einer lauten Bühne stehen, klirren uns anschließend die Ohren. Wir verstehen sofort, dass wir uns da Stress, wenn auch positiven Stress, ausgesetzt haben. Aber Wochen oder Monate lang kein Moment der Ruhe und Stille zu kennen, das nehmen wir aus irgendeinem Grund einfach so hin. Da kommt mir immer das Gleichnis mit dem Frosch im Kochtopf in den Sinn. Fällt ein Frosch in heißes Wasser, reagiert er sofort und springt wieder raus. Setzt du ihn in kaltes Wasser und lässt es nach und nach aufkochen, flieht er nicht. Biologen nervt diese vielverwendete Metapher, denn in Wahrheit fliehen Frösche auch beim langsamen Aufkochen früher oder später. Aber grundsätzlich passt es natürlich, dass auch wir Menschen auf plötzliche, heftige Veränderungen und Reize sehr schnell und klar reagieren. Aber wenn uns etwas unterschwellig belastet, finden wir Wege, es zu rechtfertigen oder zu ignorieren, während es an unserem Unterbewusstsein und Körper echten Schaden anrichtet. Lärm kostet Lebensjahre. Das hat die WHO bereits 2011 so deutlich formuliert. Allein in Europa gehen jährlich eine Million gesunde Lebensjahre durch Lärm verloren. Lärm bringt uns nicht sofort um, sondern schleichend und er nimmt uns durch die Wirkung auf unser Stresslevel, das Herz-Kreislauf-System und die mentale Gesundheit. Gute Jahre von der Uhr. Menschen lieben schlechte Nachrichten. Das ist nicht nur ein Gefühl von mir, das ist wissenschaftlich sehr gut belegbar. Nur ist die Frage, wie wir in diesem Fall lieben definieren. Denn wenn ich Leute frage, ob sie gerne mehr gute Nachrichten sehen wollen, sagen sie eigentlich immer, ja unbedingt. Aber wenn wir dann gucken, worauf die meisten Menschen klicken, dann sind es dramatische Überschriften und furchtbare Bilder. Experten erklären das unter anderem mit dem Drang dazu, schlechte Ereignisse vorherzusehen und aus ihnen zu lernen. Eine Fähigkeit, die mal sehr wichtig zum Überleben war. Aber diese Fähigkeit entstand eben auch in einer Zeit, in der schlechte Ereignisse gelegentlich auftraten und nicht 24 Stunden am Tag in unsere Gesichter gedrückt wurden. In einer perfekten Welt würden sich Journalisten, Mitarbeiter der Bild-Zeitung, Influencer, YouTuber und Blogger nicht davon beeinflussen lassen. Doch ich kann es aus Erfahrung sagen, die Versuchung von Reichweite durch ein klein bisschen negativere Darstellung und sei es nur in der Überschrift, ist riesig. Denn selbst wenn man ethische Grundsätze hat, die meisten Menschen können sich nicht von Luft und Liebe und guter Moral ernähren. Und deshalb nehmen die negativen Meldungen überhand. Auf jeglicher Plattform und selbst bei Zeitschriften und Programmen, die eigentlich ein hohes Maß an Neutralität erreichen sollen. Hinter manch einer dramatischen Überschrift steckt sogar eine gute Nachricht. Doch dein erster Eindruck und auch meiner wird trotzdem sein, alle haben Streit, alles ist schlecht, guck mal wie böse der ist und wie nervig sie ist und bitte sei empört, Lärm, Lärm, Lärm. Wenn ich folgenden Satz schreibe, was denkst du dann? Okay, was denkst du über diesen Satz, wenn ich ihn so ausspreche? Du denkst falsch bei dem Thema, weil du die Konsequenzen nicht verstehst. Und jetzt nochmal so. Du denkst falsch bei dem Thema, weil du die Konsequenzen nicht verstehst. Was wir im Internet erleben, hat fast nie genug Kontext. Wenn ich jemandem gegenüberstehe, ist es viel schwerer, ihn falsch zu verstehen oder ihm direkt vorzuwerfen, er wäre eine schlechte Person oder komplett dumm. Da ist ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Erfahrungen, Sorgen, Hoffnungen. Online ist da eine Reihe von Buchstaben, vielleicht noch ein Bild dazu. Wie jemand etwas meint, ist schwer zu verstehen. Wir hören den Ton, den wir hören wollen. Das ist schon mal ein Problem. Oft liegt es aber auch am Sender der Nachricht. Nicht jeder versteht, dass ich finde deine Meinung zu dem Thema nicht gut durchdacht, eine völlig andere Wirkung hat als du hast keine Ahnung. Hinzu kommt, jeder muss eine Meinung zu allem haben. Genauso wie wir online anders als im echten Leben nicht eine ganze Person sehen, sind wir gefühlt selbst online oft keine ganze Person. Wir sind eine erste Reaktion, schnell dahingetippt und manchmal auch genauso schnell wieder vergessen. Geprägt von anderen schnell getippten Meinungen und negativ gestalteten Überschriften. All das macht das Internet und speziell Social Media laut und nervig. Und es gibt uns, glaube ich, auch das Gefühl, weder über uns selbst noch über die Welt irgendeine Kontrolle zu haben. Davon brauchen wir echt immer mal wieder auszeiten, oder? Ich finde, das Besondere an dieser Thematik des Lärms ist, dass sie nicht vielen Menschen bewusst ist und nicht etwa, dass sie so schwer zu überwinden wäre. Es gibt viele, viele relativ einfache Maßnahmen, die dir sofort oder langfristig helfen können, mit der lauten Welt klarzukommen. Auch wenn sich die meisten von uns Lärm und Krach natürlich nicht komplett entziehen können. Wie immer gilt, ich mache nur den Anfang, ergänze gerne in den Kommentaren. Mein erster Tipp, solltest du erkannt haben, dass du introvertiert oder hochsensibel bist, dann musst du über kurz oder lang aus einer lauten Umgebung raus. Speziell, wenn es um deinen Wohnort geht. Ja, okay, sorry, schon frech von mir zu sagen, es gibt viele einfache Maßnahmen und dann direkt mit einem Umzug um die Ecke zu kommen. Ups, aber glaub mir, wenn du unter Lärm leidest, kannst du nur davor weglaufen. Ich wünschte, es gäbe eine Alternative und vielleicht reichen dir auch Ohrstöpsel oder Kopfhörer. Aber für Menschen wie mich reicht das definitiv nicht. Ich musste umziehen und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und über die Jahre haben mir extrem viele Menschen davon erzählt, wie sie echte Lebensqualität gewonnen haben, nachdem sie aus einer lauten Umgebung weggezogen sind. Zweiter Tipp, ab in die Natur. Du musst es zur Priorität machen, Ruhe auch wirklich zu erleben. Und wenn du aktuell nur einmal pro Woche in der Natur wandern gehen kannst, dann hilft das auch schon. Aber versuch mal, die Zeit zu erhöhen und beobachte, was das mit dir macht. Denn das Zwitschern von Vögeln oder das Rascheln der Blätter, das ist kein Lärm. Das ist Streicheln für die Seele. Dritter Tipp, übernimm die Kontrolle über die Medien. Ich bin kein Fan davon zu sagen, wir müssten einfach weniger auf Social Media oder im Internet unterwegs sein. Ja, ein Social Media Detox kann für einige genau das Richtige sein. Aber noch nicht für die Mehrheit. Die allermeisten von uns müssen und wollen online unterwegs sein und haben auch viele positive Erfahrungen. Wenn ich von Kontrolle spreche, dann meine ich also, sich selbst zu regulieren. Eben nicht auf die reißerische Überschrift anzuspringen. Sich Newsseiten zu suchen, die differenziert berichten. Sich nicht auf Kommentarstreitigkeiten einlassen. Und ja, da bin ich heuchlerisch, denn das gelingt mir persönlich noch nicht wirklich. Aber ich strebe zumindest danach, auch online sorgfältig zu kommunizieren, nicht jedes Gefühl sofort herauszuposaunen und somit halt nicht selbst Teil des unnötigen Lärms zu werden. Vierter Tipp, verstehe Lärm eben nicht nur als Krach in Form von Lautstärke. Das habe ich nun schon in diesem Video dargelegt. Auch die Dramameldungen, aggressive Kommunikation oder hektische Umgebungen sind Stressauslöser. Also musst du auch die reduzieren. Auf ein Level, das zu deinem persönlichen Lebensstil passt. Nicht zu meinem, nicht zu dem deiner Nachbarn, nur zu deinem. Fünfter Tipp und wahrscheinlich der wichtigste, Ausgleich. Wer nicht zu den Glücklichen gehört, die irgendwo in der Natur leben und sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen, der wird nicht jeden Lärm vermeiden können. Abgesehen davon, es gibt ja auch sowas wie guten Krach. Also ist die einfachste Maßnahme, manchmal einen täglichen Ausgleich zu finden. Die Lieblingsserie gucken, mit Musik auf den Ohren durch die Wohnung tanzen, mit dem Haustier kuscheln, mit dem Partner kuscheln, zocken, mit Pflanzen reden. Wenn du jeden Tag mit Lärm umgehen musst, solltest du auch jeden Tag ein bisschen gegensteuern. Gefühlt müssten wir dafür Kurse anbieten, weil kaum einer von uns das noch von Natur aus macht. Danke für deine Aufmerksamkeit. Der inhaltliche Teil ist jetzt vorbei, aber ich wollte nochmal ganz kurz ein paar Worte an all diejenigen richten, die jetzt plötzlich neu hier sind. Ich versuche, jeden Kommentar zu lesen, bin aber ehrlich gesagt etwas überfordert mit all der neuen Aufmerksamkeit. Nehmt es mir also bitte nicht übel, wenn ich nicht auf jeden Kommentar antworten kann. Ganz besonders, da ich im Zuge der Recherche für Videos wie dieses hier einen Zweitkanal gegründet habe, auf dem ich nur gute Nachrichten poste. So sehr ich auch von dieser Idee überzeugt bin und positives Feedback bekomme, vom Timing her macht das aktuell alles nur ein bisschen mehr Stress. Seid euch aber sicher, dass euer Feedback und eure Unterstützung mir die Welt bedeuten und dafür sorgen, dass ich mich weiterhin voll reinhänge. die Welt behaviour ver inclu joy auch closet. Wir können uns auf dem cooks. Wir können uns durchs Seite,